360.000 Euro Erwerbsminderungsrente für eine Köche. Guten Tag, mein Name ist Frank Weise, ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Unsere Mandantin war langjährig als Köchin im großen deutschen Unternehmen tätig. Anlagebedingt durch Atenderzug, Arbeit, Unfallfolgen, hat sie eine Reihe von Erkrankungen entwickelt. Besonders Bandscheibenvorfälle im Bereich Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, lehmten ihre berufliche Leistungsfähigkeit und es entstand eine chronische Schmerzstörung. Sie suchte sich Hilfe bei einem Sozialverband, stellte den Rentenantrag und leider nach fünf Monaten wurde die Erwerbsminderungsrente abgelehnt. Die Mandantin legte Fristwarenwiderspruch ein, wandte sich aber parallel hilfesuchend an uns. Da sie umfangreiche Wünsche in der Begleitung, in der Abwicklung des ganzen bürokratischen Vorgangs an uns hatte, entschied sie sich gleich dann für ein Sorglospaket Erwerbsminderungsrente. Ich begründete den Widerspruch umfänglich. Damit erreichten wir nach zehn Monaten den Widerspruchsbescheid positiv für eine rückwirkend gewährte Erwerbsminderungsrente, in diesem Fall befristet. Den GdB von 30 konnten wir im Widerspruchsverfahren auf 50 erhöht durchsetzen. Dieses Jahr stand schon die Wartegewährung der befristeten Erwerbsminderungsrente an. Da durften wir wieder helfen. Der Rentenbescheid kam letzte Woche für die nächsten drei Jahre befristet bei uns an. Bis zum Rentenantrag, bis zur Regelaltersrente, da wir unsere Mandantin auch nicht leistungsfähig in Zukunft sehen, kann sie eine Rentenleistung von über 360.000 Euro erwarten. Wir haben Sie mit unserem Angebot enorm entlastet, Ihre Ansprüche durchgesetzt. Sollten Sie eben solche Fragen zur finanziellen Absicherung bei Krankheit mit Erwerbsminderungsrente haben, wenden Sie sich bitte an uns unter anfrage at rentenbescheid24.de oder besuchen unsere Seite rentenbescheid24.de. Vielen Dank erstmal vorab, dass Sie uns folgen, dass Sie sich bei uns informieren. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Herzlichst, Frank Weise von rentenbescheid24.de. Erwerbsminderungsrente